ARD Text im Auftrag von Funk Das habe ich leider nicht, sonst hätten wir spielen können Tyrox, du kriegst eine 10 Ich habe gegen meinen eigenen Charakter verloren, Alter Ich habe gegen mich selbst Schere-Stein-Fapier genommen Ich habe Papier genommen und er hat Schere genommen, Alter Was für ein Arsch Ja, Mäbeln, wir wissen es Der, der gewinnt Der, der verlebt muss sterben Also du Weil du bist ja unsere sogenannte Heilerschlampe Mäbeln Heilerschlampe? Ich habe die Heilerschlampe Mäbeln? Egal Ich habe den Emote nicht Ich habe den nicht Ha, ich habe gewonnen Mäbeln ist nur 2 Loser, Loser, Loser Jetzt bist du in 1 Loser Ah, die Fresse D steht für Loser, Tyrox Okay Müssen wir hin L steht für F Okay Da war ich noch nichts Was bist du für ein Loser? Ja, was bist du denn für ein Lulatsch? Ich bin ein Wüstenheini Lulzi 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 Lulzi, nicht Lul, äh, grüzi Also, bei euch landet einer mit Na, nehmen wir so Zeugen vor Boah, da habe ich was gehört Da habe ich was gehört Da kommt einer Der kommt eine Hör einem ganz nah. Der ist neben mir. Da unten wäre ein Klo und eine Telefonzelle. Why have I flutter? Was wäre, wenn ich jetzt ein 400-Happing hätte? Wer ist tot. Ja, geil. Ich brauche eine gescheites Waffe. Ich brauche eine Waffe. Scheiße, Alter. Wir sind... Scheiße, Alter. Wir sind... Scheiße, Alter. Wir sind... Ach so, Melvin, falls du Geschütze siehst. Oh, Alter. Ja, guck dich doch mal um. Man muss einfach Generatoren ausstellen, damit die Geschütze runterfahren. Ey, nicht mehr. Nur wo sind die Generatoren? Oh. 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 Wir sind runtergeschützt, obwohl ich es gar nicht wollte. Du bist ja fies. Einfach ab ins Wasser mit der Leiche. Du bist ja fies. Du bist einer der Bösen. Ich weiß nicht. Ich fies. Tief. Du bist. Oh. Hier ist so eine unkleide Kabine. Oh, ich mein, ich bin in Fum-Box Ich bin ein Fischer Aros, ich bin ein Fischer Ich bin ein Fischer, Aros Bei mir ist einer Mein Internet geht klar Ist dein Vater fertig auf dem Klo? Ne, das glaube ich nicht Dahinten war ein Gegner Er startet gerade die nächste Boah, Mel Ja, warum? Bei mir sind Gegner Ja, ich guck leh Ja, direkt unter mir Direkt unter mir Kommen Oh fuck Oh Eik Hahahaha Hier du Ort Boom-Bogen Das ist ein Boom-Bogen Und der hat eine Karte Oh, das war ein Boss wahrscheinlich Der hat eine Explosions-Karte Boah Ernsthaft, wer frisst gerade Chips? Ich nicht Der Typ da Wir sind auf Jusne Spieler, Hilfe, Hilfe Ja, das ist ein Fischer 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 So, mir wird irgendwas hingezeigt mit der Karte Ja, wir sind ein Pensor Ja, ich such den gerade Der ist hier nebenan Leute, wir schaffen das, ja? Wir Weil ohne mich würde hier gar nichts laufen Ja, ich bin jetzt zweimal verreckt Sagt der, der dauerhaft stoppt, ne? Ja Ja, obwohl Eik, wir brauchen ihn, er ist das Schutzschild Auf den die rumpallern können Stimmt Ich bin die Munitions-Sand-Sand-Sack oder so Ich bin auch noch Schön, wenn du es aussprechen kannst, dann reden wir weiter Einverstanden? So, Mei, was, was wolltest du? Ohhhh Kaboom Oh 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 Ich muss hier hoch, mir wird das hier oben angezeigt mit der Karte Ich hab kein Baumaterial Hä, wo? Wo musst du hoch? Hier drinnen wird mir das angezeigt Okay Ah Ah Leute, ich wollte doch eigentlich nur Hier Ich muss hier hoch Und dann Hallo Das müsste eine Etage unten sein, oder? Weißt du, was ich lustig finde? Es gibt hier Leitern, aber man kann die Leitern nicht benutzen Hier Wie Darko rein geiert! Ja Leider Nenn Hat irgendjemand in das Sturmgewerf? Ähm Ich hab ne Augen Ich hab ne Augen Man sieht sie Ich hab ne Augen Ich hab ne Augen Wann sieht sie es? Hi Flutsch Sing das Lager, Feuer Ich hab ne Augen Ah 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 Wieso hat das Ding so viele leben? Egal Ah 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 Wie komm ich jetzt auf? Das ist ne gute Frage Alter, ne Oh, ich will heute so weg Maven Was nimmst du? Ey, wer hat das Zelt weggebaut? Hehehe Hehehe Was trennst du? Ja, wir haben ein Boot Lagerfeuer oder Flutscher? Flascher Für was brauchst du ein Boot? Wir sind direkt in der Zone Oh nein Ich bin Fischer Flutscher Was? Ne, das ist Pixie Klo Das heißt Flutscher Oh nein Flutscher Flutscher Ich setz mich mal hin, ne Düdydydydy Komm hier Feuerwehr Ey Ah Ich setz mich wieder hier Ab 2 Komm Tyrods Oh Nicht jemand von euch mit Sniper Stop Oh du Arsch Meep 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 Du bekommst hier äh Ach Schild Hast du schon Fuck Meep meep Und gewonnen hat Und gewonnen hat Ich geb dich aber als Rampe Alter Alter ist das laut Das wird ein Griner Vor allem auf dem Boot ist alles doppelt so laut Kommt doch her wenn ihr Angst habt Borg borg Bumbo Chacha Ey das ist wirklich so wie so ein richtiger Fass Das ist halt echt laut Sehr laut Das glaubst du nicht Chacharismove Chacharismove Chris 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 Ähm Ohne wird gebaut Oh Ja Kack Hahahaha Ich werden wird schossen Boah Eigentlich fahr nicht mit Ach du Komm rein Danke Melvin ist der Ziel Leute Warte auf mich Ja Aua 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 Da ist ein Gegner Hahahaha Fies Schieß Was macht ihr Wir haben ihn gekicklt Hehehe Kickl Kickl Hallo Tschüss Nein Hör Hast du uns gerade angeschossen? Nein Nein Das war eigentlich nicht Hör Wow Fuck off Scheiße Oh Ach nee Komm schon Melvin Du schaffst das Bei mir ist ein 3er Team Whoo Schöön Wer hat versagt Wo alter Wo kommst du den her Junge Du kommst wie einfach von dem Pum Junge Der ist wirklich von der Seilrutsche aus Ich habe die Seilrutsche gehört Der ist aus unserem Boot gesprungen. Gut zur Lobby.